Friedrich Nietzsche, der Schein-Egoismus. Die allermeisten, was sie auch immer von ihrem Egoismus denken und sagen mögen, tun trotzdem ihr Leben lang nichts für ihr Ego, sondern nur für das Phantom von Ego, welches sich in den Köpfen ihrer Umgebung über sie gebildet und sich ihnen mitgeteilt hat. Infolgedessen leben sie alle zusammen in einem Nebel von unpersönlichen, halbpersönlichen Meinungen und willkürlichen, gleichsam dichterischen Wertschätzungen, einer immer im Kopf des anderen und dieser Kopf wieder in anderen Köpfen. Eine wunderliche Welt der Phantasmen, welche sich dabei einen so nüchternen Anschein zu geben weiß. Dieser Nebel von Meinungen und Gewöhnungen wächst und lebt fast unabhängig von den Menschen, die er einhüllt. In ihm liegt die ungeheure Wirkung allgemeiner Urteile über den Menschen. Alle diese sich selber unbekannten Menschen glauben an das blutlose Abstraktum Mensch, das heißt an eine Fiktion. Und jede Veränderung, die mit diesem Abstraktum vorgenommen wird, durch die Urteile einzelner Mächtiger wie Fürsten und Philosophen, wirkt außerordentlich und in unvernünftigem Maße auf die große Mehrzahl. Alles aus dem Grund, dass jeder Einzelne in dieser Mehrzahl kein wirkliches, ihm zugängliches und von ihm ergründetes Ego der allgemeinen blassen Fiktion entgegenzustellen und sie damit zu vernichten vermag.